Lesung aus meinem Buch Der zerbrochene Spiegel Buch 1 Das hat ja den wunderbaren Titel, das Buch der Suche Kapitel 7, wahre Stärke Viele, welche an einen spirituellen Weg gehen, neigen zu einer starken Passivität, um nicht zu sagen Faulheit, obwohl sie fleißig üben und studieren. Den Weg zu gehen bedeutet, selbst aktiv zu werden, Dinge zu schaffen und Freude daran zu entwickeln, etwas zu erschaffen. Wir lernen über uns und die Welt nie so viel, wie wenn wir versuchen, schöpferisch tätig zu sein. Die Chakra ist Leben und erschafft Leben und Vielfalt. Daher heißt mit der Chakra eins zu sein, auch Dinge zu erschaffen. Das muss keine hohe Kunst sein, denn gerade im vermeintlich Einfachen, von dem die Leute sagen, das kann doch jeder, erweist sich die Meisterschaft von Geduld, Hingabe und Schaffenskraft. Entschlossenheit heißt auch Entscheidungen treffen. Und dies wiederum erfordert Mut. In einem alten Wort der Sprache der Magie ist das Wort Entscheiden vom Wort für den Tod abgeleitet. Denn Entscheiden bedeutet eine Möglichkeit zu töten. Und gerade das fällt vielen schwer. Etwa wenn wir eigentlich ein Hobby suchen oder einen Weg, aktiv zu werden oder eine Art, uns kreativ auszudrücken, probieren die Leute ihr Leben lang dies und jenes, bleiben bei nichts dauerhaft und erreichen so wenig, weil sie nicht bereit sind, zu akzeptieren, dass sich für etwas zu entscheiden bedeutet, sich gegen anderes zu entscheiden. Oder volkstümlich ausgedrückt, man kann nicht auf allen Nochzeiten tanzen. Der Eingeweihte trifft keine Entscheidungen. Er macht keine Pläne. Er folgt der Chatra. Er trifft kein Urteil oder er grübelt nicht über Möglichkeiten, denkt an Risiken oder Entwicklungen. Er lernt auf seine innere Stimme das Gefüge der Chatra zu lauschen und folgt seiner Bahn darauf. Daher kann er sich entschlossen entscheiden, weil er grüblerisches Nachdenken vermeidet, welches viele Menschen hemmt, sich aktiv zu entscheiden und mit ihrem Leben etwas zu machen. Manchen mag ein Eingeweihter daher zu Unrecht, rücksichtslos oder töricht erscheinen, aber er hat einfach seinen eigenen inneren Kompass, welcher die Harmonie des Kosmos ist und versucht, so gut er kann, dem zu folgen. Auf dem Weg der Chatra gibt es in diesem Sinne keine Kompromisse. Ein Eingeweihter der Chatra versucht natürlich, Frieden und Harmonie zu erschaffen, aber immer im Einklang mit seiner eigenen Natur, seinem wahren Selbst oder wahren Willen. Stärken sind Fähigkeiten, die wir mit Mühe und Disziplin entwickeln. So wie ein Bauer erst säen muss, bevor er ernten kann, wie ein Künstler erst schreiben und zeichnen lernen und immer verbessern muss, wenn er Werke schaffen will, die wirklich kraftvoll und gut sind. Uns fehlt oft heute der Sinn für die mühsame kleine Arbeit, die Stück für Stück etwas aufbaut. Wir sind es gewohnt, schnell und sofort etwas zu bekommen, um Mühe im Schlaf zu lernen, Partner oder das Internet, Pizza per Pizzadienst und dergleichen. Aber hinter all diesen Dingen stecken viele kleine Schritte, die irgendjemand beisteuern muss. Stärke ist das Bewusstsein, dass eine Gemeinschaft, welche sich die Arbeit teilt, mehr erreichen kann als der Einzelne und dass nichts umsonst ist. Für alles, das wir erreichen müssen, müssen wir etwas tun. Wir bauen ein Haus Stein für Stein nach einem Plan und viele sind daran beteiligt, von denen jeder seine speziellen Fähigkeiten einbringt. Heute wird die sogenannte Selbstverwirklichung ja sehr groß geschrieben. Jeder will sich entwickeln, will kreativ seinen Sport machen, sein Buch schreiben, sich ausdrücken. So wichtig dies ist, denn nur ein Mensch, welcher kreativ ist, kann auch etwas in die Gemeinschaft einbringen, so wenig darf dies ein egomanischer Selbstzweck bleiben. Stärke wird aufgebaut, wenn Menschen bereit sind, dem großen Ganzen zu dienen, dankbar und demutsvoll den Leistungen der anderen ihren Respekt erweisen. Wahre Stärke bedeutet aber auch, andere zu fördern, dazu beizutragen, dass jeder im eigenen Team eine Stimme hat und mitmacht. In solch einer Gemeinschaft erst fällt das eigene Werk auf fruchtbaren Boden und erschafft etwas, das Dauer hat, weil es geteilt wird und wächst, weil es als dienende Liebe gegeben wird, nicht als Abzeichen stolzer Ich-Sucht. Kein Mensch ist so stark wie einer, der andere beschützt und im Dienst des großen Ganzen handelt. Natürlich erwarten wir Selbstständigkeit, die Bereitschaft, sich immer neu zu fordern, statt Bequemlichkeit überhand nehmen zu lassen. Auch hier lehrt uns die Chatra, das Gleichgewicht zu finden, zwischen unserer Eigenständigkeit und dem Dienst an der Gemeinschaft, denn allein dadurch schaffen wir, dass die wahre Stärke auch Bestand hat. Es ist leider heute in Mode gekommen, seine Freunde oder Gemeinschaften schnell im Stich zu lassen mit dem Hinweis, man sei sich eben selbst treu. In der Erfahrung der Chatra aber gibt es kein unabhängiges und völlig losgelöstes Ich, welches vollkommen frei von allen Abhängigkeiten sein kann. Alle Dinge und Wesen wirken aufeinander ein, egal wie klein sie auch sind. Und niemand, egal wie groß er auch sei, kann eine völlige Freiheit von äußeren Einflüssen und Kräften erlangen. In den spirituellen Philosophien mancher Richtungen existiert die Idee von Realität als einer ganz individuellen Sache, einem Tunnel, und man sei ganz Herr seiner eigenen Realität. Die meisten, welche diese Vorstellung einmal geteilt haben, kommen irgendwann an den Punkt, da sie entweder das Modell ablegen oder so stark an sich selbst zweifeln, dass sie emotional total gelähmt werden. Spätestens dann nämlich, wenn in ihrem Leben Ereignisse eintreten, die sich auch mit bestem Willen nicht mehr als eigene Schöpfung erklären lassen, sondern uns unzweifelhaft die Macht äußerer Einflüsse beweisen. Wenn ein Mensch dann in einem Punkt versagt, so muss er die Verantwortung komplett bei sich selbst suchen, was in einer komplexen Gesellschaft mit vielfältigen Übereinflüssen kaum ein Erfolgsrezept ist. Persönliche Klammerbemerkung, das war damals sehr motiviert durch dieses Positivdenken, das war damals eine starke Bewegung im Spirituellen. Die Idee, wenn man nur richtig denkt, wird alles gut, deswegen habe ich mich damals so gewendet. Heute im Angesicht der Vogue-Bewegung, um diese kleine Aktualisierung einzuflechten, ist es eher so, sie haben immer noch die Vorstellung, alles müsse sich um sie drehen, aber es ist quasi gespiegelt, wenn mein Leben unglücklich ist, müssen alles immer andere die Schuld tragen. Ende der Nebenbemerkung. Ein Mensch, welcher sich als Gott seiner Realität sieht, bedarf keiner Treue und keiner Freunde, sondern nur sich selbst. Die Chakra zeigt uns ein unendlich großes Netzwerk von Wesen und Kräften, die mit uns in einer Harmonie sind, die uns beeinflussen und auf die wir Einfluss ausüben. Ein Gewirk vieler Stimmen, an deren Chor wir mitschöpfen. Gemeinschaft erfordert, dass wir manchmal Kröten schlucken, also nicht immer 100% von dem bekommen, was wir wollen. Die Unfähigkeit, im menschlichen Miteinander anderen loyal zu sein, der Freundschaft und der Sache wegen, führt dazu, dass viele Menschen heute einsam und allein sind. Sie gehen Beziehungen nur mit Männern oder Frauen ein, wenn es 100%ig stimmt, wenn sofort der Blitz einschlägt. Dass Menschen gemeinsam wachsen können und dass reale Menschen nur geduldig zusammenwachsen können, dafür bringen viele keine Geduld auf und bringen sich so um wirklich gute Erfahrungen. Dies heißt auch mit Wohlwollen erst einmal davon auszugehen, dass der andere es nicht schlecht mit mir meint, dass die anderen nicht alle samt Verbrecher oder Idioten sind. Das ist eine Frage der Offenheit. Wenn wir nämlich meist das Schlechte erwarten, dann werden wir uns anderen verschließen. Nur wenn wir anderen immer wieder neu einen Vorschuss an Vertrauen gewähren, können wir Menschen aus der Isolation entkommen. Treue heißt, etwas für andere tun und das eigene Ich hinten anzustellen, einer größeren Sache zu dienen und damit Gutes zu erschaffen. Wir müssen begreifen, dass wir unsere Entscheidungen nicht wegen jeder Laune und Leidenschaft umstoßen dürfen, sondern an dauerhaften Dingen mitwirken müssen. Die Schnelligkeit, Bindungen, Loyalitäten und Verantwortungen aufzukünden, welche heute so normal scheint, ruiniert unsere westliche Gesellschaft. Wir müssen auch unsere eingegangenen Bande ernst nehmen und auch bei der Sache bleiben, wenn es einmal schwer wird. 8. Kapitel Vom Verstehen Verständnis ist etwas anderes als Wissen Verständnis ist etwas anderes als Wissen Eine der wesentlichen Eigenschaften einer spirituellen Erkenntnis ist, nicht urteilen, nichts erwarten und in vollkommener Offenheit die Gegenwart betrachten. Denn nur so kann wahres Verständnis erlangt werden. Um Verständnis zu erwerben, ist der erste und wichtigste Schritt, seine Unwissenheit zu erkennen und zu akzeptieren. Wir wissen immer viel, viel mehr Dinge nicht, als wie wir wissen. Kein Mensch, so groß er auch sei, kein Mensch ist so groß wie er, der sich traut zu sagen, ich weiß es nicht. Religionen und spirituelle Wege sind oft dadurch charakterisiert, unbekannten Ereignissen eine durch den Glauben unterstellte Bedeutung beizumessen, etwa, wenn man eine Entwicklung rein emotional immer als Omen oder Willen Gottes betrachtet. Solche Vorannahmen über Dinge sind sicher bequem und mögen unsere Furcht verringern. Eine der wahren Antipoden auf dem spirituellen Weg sind Furcht und Verstehen, denn sie schließen sich gegenseitig aus. Furcht entsteht oft durch den Mangel an wahren Verständnis. Und etwas zu verstehen, vertreibt die Furcht. Furcht ist ein Gefühl, das uns verwirrt. Wir sind unserer selbst nicht sicher, ziehen uns zurück oder greifen an, wir stülpen dem Unbekannten alte Muster über, damit wir es gleichsam beherrschen glauben. Nichts erschrickt uns so sehr wie das Gefühl der Ohnmacht, der Kontrollverlust, indem wir Dinge erklären, versuchen wir unsere Furcht zu bannen. Wir schreiben Ereignisse einen Sinn zu, damit sie nicht mehr solcher Furcht auf uns einflößen. Das ist für uns ein inakzeptabler Weg, mit Furcht umzugehen. Wir streben nach Verständnis. Und dazu müssen wir als erstes unsere Furcht und Unsicherheit erkennen und akzeptieren. Denn sie einfach durch simple Modelle zu verdecken, wird uns kein wahres Verständnis verschaffen. Wir müssen zuerst anerkennen, wie schwach und klein und unwissend wir oftmals sind. Wir stehen vor Ereignissen und Mächten und verstehen es nicht. Wir haben keine Macht und es bricht über uns herein wie ein Unwetter. Wir müssen zuerst in der Lage sein, uns in dieser Schwäche zu akzeptieren, bevor wir darüber hinaus wachsen können. Eine Furcht oder Schwäche offen anzusehen und als Teil des eigenen Wesens anzunehmen, ist der erste notwendige Schritt, darüber hinaus zu wachsen. Die Ruhe und Logik eines Initiierten rührt ja nicht daher, dass er seine Ängste verdrängt, sondern daher, dass er sie ansieht, versteht und durch Harmonisierung Gelassenheit erwirbt. Wer versteht, bekommt Möglichkeiten zu handeln. Wer gelassen bleibt, hat die Fähigkeit, richtig zu reagieren und damit Situationen zum Positiven zu führen. Letztlich heißt Verständnis auch das Fremde, das Andere zu akzeptieren, anzunehmen, dass andere Menschen andere Wege des Glücks haben und nicht unbedingt dem eigenen Regelwerk folgen. Wir können unsere Methoden nur durch das Vorbild und die Argumente darlegen. Wir dürfen niemand überreden oder zwingen. Verständnis heißt zu berücksichtigen, dass jeder einen bestimmten Weg gegangen ist, welcher ihn prägt, und dies zu respektieren, auch wenn wir mit dem Resultat der Überlegungen nicht übereinstimmen müssen. Viele Dinge brauchen ihre Zeit. Und wir können das Verständnis anderer nur fördern, aber nicht erzwingen. Als Voraussetzung erfordert Verständnis die offene und unvoreingenommene Neugier eines Kindes, die Lust daran, etwas zu lernen und zu erkennen. Neuntes Kapitel Das Herz des Anderen Wahre Empathie ist heute eine seltene Gabe. Wir preisen den kapitalistischen Egoismus als Motor des Fortschritts und verschließen die Augen dafür, was diese Egomanie anrichtet. Mitleid erwächst aus der Empathie für das Leiden anderer. Auf dem Pfad öffnen wir uns für die Emotionen aller anderen, wie für unsere eigenen. Und auch wenn wir uns oft zur Ruhe bringen müssen, um weiter handlungsfähig zu sein, dürfen wir uns dem Leid des Nächsten nicht verschließen. Auch wenn wir uns nicht von Leidenschaften hinreißen lassen sollen, müssen wir versuchen, die Ganzheit zu heilen, wo Schmerz und Leid die Harmonie der Kraft verwundet haben. Dies erfordert, dass wir erkennen, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als individueller Profit. Ein spiritueller Sucher dient der Chakra, seiner Gemeinschaft und der Gesellschaft. Wenn er die Initiative ergreift, dann nicht, um selbst im Vordergrund zu stehen, sondern dort zu helfen, aufzubauen, wo Ungleichgewicht entstanden ist, wo Gewalt die Schwachen unterdrückt und Zerstörung und Unrecht herrschen. Er ist aber kein Weltverbesserer, sondern er folgt in erster Linie dem Pfad, wie er sich ihm offenbart. Das bedeutet manchmal eine Zeit der Ruhe und Zurückhaltung und ein andermal Aktivität. Überall gibt es ständig einen Fluss der Energien oder Kräfte. Und daher ist das Geben und Opfern eine besondere Gabe. Wir geben etwas von unserem Reichtum weg, um jene, eine Stütze zu geben, deren Kraft gerade nicht ausreicht, die gefallen sind oder niedergetreten werden. Wir sorgen durch das Geben dafür, dass andere wieder in die Lage versetzt werden, selbst etwas der Ganzheit zu geben, egal wie gering dies auch sein mag. Jeder Teil des Ganzen hat einen Wert und ist es wertgeschützt und unterstützt zu werden. Wir dienen dem Leben und der unendlichen Vielfalt. Ein Opfer ist die Zeit, welche wir im Dienst verbringen. Man betrachte einmal, wie viel Zeit jeden Tages und wie viel Geld wir für uns verbrauchen und wie viel für andere. Und viele werden eine erstaunliche Bilanz vorfinden. Da ein Sucher nach dem Einklang strebt, weiß er, dass alles, was er gibt, nur dem Ganzen dient, dessen Teil er ist. Er ist sich durchaus auch seines eigenen Wertes bewusst und wird sich selbst nicht wegwerfen, denn er selbst ist hier auch ein Teil der Vielfalt und der Harmonie. In einer gesunden Harmonie herrscht ein dauernder Kreislauf von Geben und Nehmen. Und der, welcher viel hat, gibt mehr als der, welcher wenig hat, damit das Gleichgewicht immer wieder erneuert wird. Letztlich heißt, Opfer auch an keinen materiellen Dingen zu haften, sich nicht von Äußerlichkeiten wie Besitz, Ruhm oder Stellung abhängig zu machen, denn sie machen uns zu Sklaven von Besitz und Geltungssucht. Unendlich sind die Errungenschaften der Liebe und Güte. Wer könnte dieses Thema erschöpfend darstellen? Liebe im spirituellen Sinne ist ein, sich jemand anders öffnen und verbinden. Es ist der Wille, mit jemand anders eine neue Einheit zu bilden, eine Verbindung, von welcher sich alle anderen Bindungen der Welt ableiten. Liebe ist zunächst ein Dienst, wenn sie rein ist. Oft ist es in der Liebe sehr schwer zu erkennen, wo selbstlose Liebe aufhört und wo Begehr und Besitzanspruch anfangen. Wahre Liebe ist ein freier Fluss, die Freude daran, gemeinsam Zeit zu verbringen. Keine andere Kraft wie die Liebe wird so oft durch andere negative Emotionen getrübt, und wer sich nicht sicher ist, diese zu erkennen und sich davon zu befreien zu können, sollte besser ohne Beziehung leben. Für manchen mag es eine längere Zeit gut sein, sich emotionaler Bindungen zu enthalten, vor allem wenn er auf dem Pfad beginnt, da ein Partner natürlich beansprucht, das Tun des anderen zu kennen und sich vielleicht nur schwer zurückhalten kann, ihn zu beeinflussen. Ein Schüler muss diese beiden Sphären mit allerstrengster Disziplin trennen. Liebe ist eine Haltung, die allen Lebewesen gegenüber eingenommen werden sollte. Es sollte keine heiße Innenbrunst sein, welche den Geist vernebelt, aber ein Wohlwollen, die Grundannahme, dass ein Fremder erst einmal nicht ein Verbrecher oder Übeltäter ist. Man stehe allen anderen mit wohlmeinender Neutralität gegenüber. Dieses Wohlwollen und Neutralität ist durchaus kein Widerspruch. Es ist eine Art Vorschuss, in der Hoffnung, damit ebenso Wohlwollen im Anderen zu wecken, da eine verschlossene, rein emotionale Haltung von den meisten Menschen als negativ interpretiert wird. Dennoch darf dieser gute Wille, die Liebe, sei es dem Einzelnen oder generell dem Anderen gegenüber, nie die Kontrolle über die Emotionen und die Klarheit des Urteils trüben. Es ist eine sehr schwierige Balance, welche letztlich nur ein Meister verwirklichen kann. Wer durch seine Zuneigung zu anderen andauernd emotional aus der Bahn geworfen wird, muss für die ersten Jahre seiner Ausbildung strenge emotionale Selbstkontrolle in der Meditation üben. Liebe ist eine große Macht der Ordnung, denn sie gibt uns Selbstlosigkeit, Hingabe an etwas Größeres und öffnet uns für den Nächsten. Aber gerade darum ist es so gefährlich, wenn sich Liebe mit den dunklen Emotionen der Besitzgier und des Neides vermischt. Zehntes Kapitel Erleuchtung ist nichts Fremdes Die Veränderung des Bewusstseins ist ein allen Menschen bekannter Vorgang. Es ist nichts Außergewöhnliches, nichts Seltenes, wie oft gesagt wird. Drei Formen der Veränderung des Bewusstseins kennen wir alle. Das Eltern, den Schlaf und den Rausch Das Bewusstsein ändert sich vom Kind zum Teenager übers Erwachsensein bis ins Alter. Unser Bewusstsein als Kind war anders, als es jetzt ist, und mit jedem Jahrzehnt ändert es sich weiter. In den Schlaf lassen wir uns fallen, wir vergessen unser Tages-Ich, und wenn wir erwachen, ist der Traum nur wie ein Nebelgespinst, welches wieder von uns abfällt. Im Rausch, sei es durch Alkohol oder Drogen, geben wir uns, wir sinken graduell hinein und ernüchtern ebenso graduell wieder. Es gibt aber noch eine andere, vierte Veränderung des Bewusstseins. Das ist, wenn der Geist des Menschen, dem Göttlichen, gewahr wird, oder die Erleuchtung. Erleuchtung ist nichts, was mit Worten erklärt werden kann. Manchmal erweitert sich unser Geist graduell, Stück für Stück erfahren wir mehr vom Licht, sehen es hier oder dort, aber wir sehen noch nicht das Ganze. Dies ist für alle, die das Licht suchen, die größte Gefahr, denn sie sehen einen Teil in seinem großen Glanz und halten das Teil für das Ganze. Oder sie bauen sich eine Vorstellung aus den Teilen, die sie haben, und denken, sie wüssten nun schon, wie das Ganze aussieht. Auf diesem Weg liegt die größte Gefahr, die Gefahr des spirituellen Hochmutes. Auf diesem Weg des Lichts in allen Dingen zu erfahren, müssen wir uns daher immer in Demut und Ergebenheit üben. Wir müssen uns die Einsicht bewahren, dass wir nur einen Teil sehen. Die Gefahr des Hochmuts besteht vor allem in uns und gegen uns. Wenn wir uns dem göttlichen Licht nähern, sind wir durch seine Präsenz oft überfordert, dass wir uns entweder abwenden, weil wir uns tief im Innersten als unwürdig fühlen, oder wir laufen Gefahr anmaßen zu werden. Viele habe ich gesehen, die den falschen und törichten Weg der Selbstvergöttlichung gingen. Sie haben das Göttliche vor allem in sich selbst gesehen, aber versagten, darin zu erkennen, es auch um sie herum und in anderen zu erkennen. Sie erklärten sich selbst für Gott und strebten nach dem Wahn totaler Kontrolle und totaler Freiheit. Dies ist die größte Gefahr, denn das Göttliche ist eine Harmonie, sanft, aber fest, fließend, aber unveränderlich. In dieser Ganzheit sind wir ein Teil des Großen, ein Atemzug Gottes, aber nicht das Ganze selbst. Sie streben dann in mühsamen Jahren und in verwirrenden Übungen danach, sich von ihrer eigenen Göttlichkeit zu überzeugen und merken gar nicht, wie arm und einsam sie sich selbst gemacht haben. Abgeschlossen von allem Häufen, sie wissen um zweifelhafte Einsichten, wie ein alter Drache einen Hort, bauen gerade und Errungenschaften wie zu einem Turm auf, weil sie denken, Gott ist oben, und wenn sie oben angekommen sind, seien sie Gott. Es ist eine große Torheit, denn das Göttliche ist überall und in allem. Wir müssen uns öffnen, wir müssen loslassen und darauf vertrauen. Wir müssen nur lernen, zu lauschen und zu sehen. Erleuchtung ist keine bleibende Qualität, nichts, das uns zu einem Gott macht, der uns permanente, totale Freiheit verleiht. Das sind falsche Götzen, denn es ist ein Anspruch, der sich im Leben nicht erfüllen lässt. Und mit diesen falschen Götzen der totalen Kontrolle geht man einen Weg der Selbstzerstörung. Mit Mühsal fordert man von sich eine Macht, eine Ausdehnung und wird letztlich wie einer, der immer auf Zehenspitzen geht, um alle zu überragen. Aber wer auf Zehenspitzen geht, wird leicht fallen. Und je höher er sich reckt, umso tiefer und schmerzlicher ist der Fall. Vermeide und fürchte nicht das niedere und einfache Leben. Gott ist auch da, das Licht leuchtet selbst in der Dunkelheit. Es muss nicht erworben, verdient oder gefunden werden. Man muss nur bereit sein, es zu sehen. Man muss es nur sprechen lassen. Lasse los. Entwirre die Komplexitäten. Übe dich in einfacher Meditation und mache auf. Der Weg führt uns oft über seltsame und verschlungene Pfade. Er verleiht uns manchmal ein Gefühl der Sicherheit, wenn wir glauben, das Göttliche ganz erlangen zu können, wenn wir es durch Rituale und schwierige Übungen erkaufen. Der Himmel aber bedarf nicht erkauft zu werden. Er ist hier. Manchmal müssen wir durch viele Jahre des Irrtums gehen, durch verschlungene Pfade, verurteile dich und andere nicht dafür. Wenn du vertraust und aufhörst, dich selbst überheben zu wollen, wirst du sehen, dass das Licht einfach ist. Das Licht ist etwas, das größer ist als wir selbst, das wir nie zur Gänze erfassen und verstehen können, dessen Teil wir sind die Harmonie und Ordnung, in welche wir von Anbeginn der Zeit eingepasst sind. Das Licht erkennen heißt, seinen Platz in der Ganzheit erkennen und zu gehen. Das ist die einzige wahre Erleuchtung. Zu wissen, was du bist, was dein Weg sei, aufhören, ein Heimatloser zu sein und zum Göttlichen zurückkehren. Aber auch wenn die Wahrheit einfach ist, so ist doch der Weg dahin oft schwierig. Elftes Kapitel Über die Unterweisung von Schülern Erinnere dich an die Zeit, als du selbst nach einem magischen bzw. spirituellen Weg gesucht hast, an den Beginn. Was waren deine Motive? Warst du nur edel und an geistiger Vertiefung interessiert? Oder waren es nicht doch viel mehr weltliche Motive, die dich zum Pfad brachten? Vielleicht wolltest du dich rächen oder erfolgreich werden. Du hattest von der bösen Welt die Nase voll oder du warst verzweifelt und hast einfach jemanden gesucht, der dir zuhört. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, dem ich abnehmen konnte, dass er oder sie aus rein edlen und spirituellen Gründen den Weg der Einweihung anstrebte. Alle brachten dir ein oder andere Verletzung mit. Wenn du ein Meister sein willst, musst du deine Verletzungen kennen, sonst kannst du deinen Schüler nicht verstehen. Die Herkunft entweiht nicht das Heiligtum der Initiation. Das Licht selbst kann nie geschändet, nie verdunkelt werden. Ich habe Menschen aus den niedersten Motiven zur Magie flüchten sehen, die schließlich zu großen Eingeweihten wurden und andere, die mit hochfliegenden Idealen begonnen haben, aber niemals den ersten Schritt wirklich geschafft haben. Gestehe dir ein, dass du kein Heiliger bist. Lass dich nicht durch christliche oder buddhistische Heiligkeitsideale dazu verleiten, dem alltäglichen Leben keine Bedeutung zuzumessen. Wenn du nicht in der Lage bist, auch im Schlamm der Dinge das Licht zu sehen, kannst du keine Schüler zum Licht führen. Dein Schüler soll vor allem verlernen, vorschnelle Urteile über ihm und nicht bekannte Sachverhalte abzugeben. Darum sei vor allem in dieser Frage selbst ein Vorbild. Empfange jeden neuen Schüler so, als wäre er der Erste, der zu dir kommt. Sei wie einem neuen Liebhaber gegenüber. Dem willst du nicht das Gefühl geben, dass er die wievielte Nummer ist, ihm all die Vorgänger zeigen und beschreiben. Denn Schüler wird es auch so schwer genug haben, sich immer mit dir zu messen und zu vergleichen. Andere Schüler soll er in der Anfangszeit möglichst selten treffen. Da jeder Schüler einen anderen Ausgangspunkt besitzt, gibt es im ersten Jahr kaum gemeinsame Fragen oder Denkmodelle. Ein spiritueller Orden ist kein englischer Club zum Plaudern. Wenn manche Schüler auf Treffen mit anderen bestehen, lass nur je einen Neuling mit einem sehr fortgeschrittenen Schüler zusammentreffen. Und wie einen neuen Liebhaber, erwarte auch nicht bei einem Schüler, dass er genau wie der vorige ist. Das geht immer schief. Zitiere so selten wie möglich die Worte anderer Meister oder aus irgendwelchen Büchern. Manche Lehrer haben eine besondere Vorliebe dafür, den Schülern Texte wie auch eigene vorzulesen, weil sie glauben, dass wohlgeformte Worte besser wirken und bedeutender klingen oder erklären. Es ist ein Irrtum. Es gibt nur wenige spirituelle Texte, die aufgrund ihrer Poesie einmal gehört werden sollten. Wenn du einem Schüler innerhalb eines Monats mehr als drei Texte vorgelesen hast, hast du das Limit überschritten. Nimm keine Formeln und Zitate der Meister. Das ist für Fortgeschrittenere, die den Sinn des Zitates verstehen können. Sonst erwächst du nur den Eindruck, eine sprechende Bibliothek zu sein. Denke daran, dass der wahre Wille deines Schülers großartiger oder geringer an Bedeutung sein kann als deiner. Du kannst der unwissende Lehrer eines Einstein der Magie sein oder ein Einstein unter normalsterblichen Studenten. Erwarte nie, nie, niemals, dass ein Schüler zu deinem Ebenbild wird. Er muss am Ende seiner Schülerjahre in der Lage sein, sich auch von dir zu emanzipieren. Für den Erleuchteten sind alle Edelsteine von gleichem Wert, da sie einander nicht mehr vergleichbar sind. Mache dem Schüler klar, dass der Meister du in allen Fragen der praktischen Rituale immer den Vorrang hast. Deine Deutungen und Anweisungen müssen befolgt und akzeptiert werden. Es kann keine Diskussion zwischen Meister und Schüler darüber geben, welches Ritual, welche Praxis wie zu machen ist. Verfechte nie aggressiv deinen Standpunkt, das passiert meist den jüngeren Lehrern. Stelle klar, dass du etwas anbietest, das man nehmen oder lassen kann. Man soll durchaus auch alternative Möglichkeiten aufzeigen, zwischen denen der Schüler wählen kann oder seinen Wünschen nachgeben, wenn dies richtig erscheint. Die letzte Entscheidung aber muss der Meister treffen. Gib nur solche Anweisungen, die wirklich nötig sind. Nimm dabei so wenig wie möglich die Ergebnisse vorweg. Erstens haftet der Schüler dann zu sehr daran, das vom Meister erwähnte zu erreichen. Zweitens haben Erkenntnisse, die wir selbst daraus gefunden haben, immer mehr Bedeutung. Nimm nicht die Überraschung vorweg, sondern begleite deinen Schüler sanft. Drängle ihn nicht in eine bestimmte Richtung. Wenn er ermüdet, laß ihm eine Pause, sich mit anderen Dingen oder alternativ anderen Übungen zu erfüllen. Laß einen Schüler niemals eine Übung durchführen, deren Sinn er nicht verstanden hat. Kein Anfänger kann alles gleich von Anfang an befassen, aber sag niemals, daß der Schüler später dies oder jenes zu tun habe, und der Sinn werde sich dann schon ergeben. Finde heraus, ob der Schüler Hingabe und Beharrlichkeit auch bei Schwierigkeiten aufbringt. Ein Schüler, der zur Einweihung zugelassen werden soll, muss dich von Zeit zu Zeit Löcher in den Bauch fragen. Sichere Schüler, die alles immer auf Anhieb verstehen, gibt es nicht. Ebenso wenig wie Meister, die alles immer gleich beim ersten Mal richtig erklären. Wer nicht nachfragt, traut sich entweder nicht oder will eigentlich kein Wissen. Prüfe gegebenenfalls, was davon der Fall ist. Der Schüler muss bereit sein, sein bisheriges Wissen fallen zu lassen. Einweihung ist vielmehr ein Loslassen als ein Hinzufügen. Verweise, was der Schüler vorher wie und wieso gelesen, gemacht oder gehört hat, sind zu ignorieren. Sei besonders wachsam, wenn der Schüler schon andere Wege gegangen ist. Oft deuten diese die neuen Erfahrungen immer im Licht ihrer alten Schule, die sie eigentlich viel lieber weiter betreiben wollten. Ein Orden hat das Recht, seine Lehre als etwas Eigenes und Eigenständiges verstanden zu wissen. Verspricht dem Schüler keine goldene Zukunft als Erleuchteter. Große Mächte, unendliche Wahrheiten. Darunter stellt sich einmal jeder etwas anderes vor, sodass als Ergebnis alle irgendwann einmal enttäuscht sein müssen. Es ist okay, mit den eigenen Erlangungen, Erfahrungen und Einsichten zu vermitteln, dass die Früchte des großen Werkes gut und schön sind. Der Unterschied zwischen einer Psychogruppe und einem spirituellen Orden ist jedoch, dass einerseits Härten und Vorteile gerecht und gleichermaßen dargestellt werden, andererseits, dass der Meister klar macht, dass diese Erlangungen sehr persönlich sind und der Schüler als Ergebnis seiner Einweihung zu einem ganz anderen Gipfel geführt werden kann als der Meister. Nimm nach Möglichkeit keine Eigenbrötler und keine verbissenen Strebe als Schüler an. Spiritualität und Initiation können das höchste Lebensziel sein, aber niemals der ganze Lebensinhalt. Wer unter Spiritualität nur dauerndes Üben und weltfremde Zurückgezogenheit versteht, wer nicht mal abschalten kann und sich immer nur mit Spiritualität befasst, wird früher oder später alle Dinge schief sehen und vermöglich auskreisen. Auch Erleuchtete brauchen ein Hobby, einen privaten und unspirituellen Freundeskreis. Wer nur spirituell orientierte Menschen als Freunde hat, ist nicht reif, selbst Lehrer zu sein. Zuletzt Achte darauf, dass Meister und Schüler auch Freunde sein sollen. Nimm keine Schüler an, die nicht zumindest seine guten Bekannten sein könnten. Wer sich mit seinem Schüler nur über Magie und Spiritualität unterhalten kann, wird es mit ihm zu nichts bringen.